Falschen geht, glaube ich, anders. Vor allem müsste man selbst stärker sein, damit das Überzeugen drüberkommt, glaube ich. Gott sei Dank habe ich es gerade noch gerettet, ne? Hätte ich es nicht gerettet, müsste ich jetzt laufen. Das wäre schrecklich. Wir gehen nach darüber. Oder? Ja. Hey Leute, viel Spaß euch! Ich mische mich mal ein. So, tschüss. Obwohl es lange böse ist, ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Aber man weiß ja nie so genau, ne? Da würde ich nicht gerne hingehen. Stufe 23 schon ein bisschen drüber nur. Ich würde eigentlich gerne... Ist das hier? Ich gehe nach da. Ui! Mach mal schneller jetzt. Bitte. Also... Malpaka ist kein gutes Boot. Also definitiv nicht. An Land ist das irgendwie effizienter alles. Ja, ja. Was war das? Hm. Okay. Also dann gehen wir da lang und dann nach rechts. Nach rechts. Oh, ich will noch ein Depresso. Depresso? Depresso? Ups. Aus der Bahn. Depresso? 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 Was denn? Oh, warte mal. Ich habe Hunger. Warte, mach du mal. Aua, ich muss essen. Mach du mal. Lass mich doch alle mal in Ruhe. Ich habe hier Depresso zu suchen. Diese Wölfe, die nerven ein bisschen, ne? Also wollte ich schon mal erwähnt haben. Zori Reigns Tagebuch. Eins. Benziner, wer bist du denn? Oh, mein Gott, habe ich mir gedacht. Wer bist du denn? Oh, mein Gott. Entschuldigung. Es ist auf jeden Fall jetzt weg. Pff, pff, pff. Leaspunk. Okay. Wer ich wenigstens? Das krieg ich alles gut. Du sollst die Bösen töten, nicht die Pelz. Such immer nach der coolsten Pose. Gibt man diesem Fall einen Spiegel. Kann er stundenlang davor posieren. Okay. Angebermon. Was ist da oben? Ich gehe mal den Berg steigen. Immer wird alles angegriffen. Okay, Lurker. Aber nicht irgendwas angreifen, ja? Ich brauche aber gleich Licht. Was ist das für ein Baum? Ah. Was? Ja. Wie komme ich denn nicht wieder hoch? Ich fühle mich gemopft. Hä? Was war das? War der auf Steroiden? Also das war schon... Ich glaube, der hat gecheatet, oder? Das habt ihr auch gesehen, oder? Hochklettern wird halt auch schwer. Nur die drei Fragen des Brücken, wenn ich das nicht korrekt beantworte. Also Aimbot erklärt gar nichts. Aimbot... Warst du das? Ich habe Angst vor dir jetzt. Kann sich mal jemand darum kümmern? Lurker? Also ich habe halt auch ein bisschen HP verloren bei dem Cheaten. Okay. Ich habe irgendwie Angst, dass das so ein automatisches Schutzding ist. Aber ich meine, es war ein ganz normaler Hund. Also Wolf, Entschuldigung. Äh, da wachsen Pilze in der Luft. Ach, das bist du. Ja, klar. Drachentechnik. Äh, Drachenkanone. Eine. Okay. Den Baum habe ich schon wieder verdrängt. Nennen wir es Ausflug. Nennen wir es Ausflug. Das war Zwangsbeurlaubung oder so. Der TM-Baum, richtig. Ich meine, sie haben es ja sogar Technik genannt. Da hätte man halt echt noch andere. Saftiges, saftig grünes Eis. Oh. Oh. Kann ich hier ein Bett bauen? Ach, ich habe ja gar keine Materialien dabei. Naja. Was ist das da unten? Oh. Das ist ein Wilderer-Camp. Let's go. Ist das die Kirche? Ist das die Kirche oder? Ne, das ist noch was ganz Neues. Okay. Die Wilderer schlafen. Ein saftiger und grünes, wenn ich nicht... Hä? Also, wenn du ein Ei lang genug kochst, dann wird das grün das Eigelb und das voll lecker. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Der Spiralberg. Mir ist nicht mehr eingefallen, wie der hieß. Da habe ich mich an Digimon erinnert. Wenn ich jetzt hier runterfalle, glaube ich, sterbe ich. Aber wir versuchen, so einen Tick für Tick ein bisschen runterzukommen. Keine Lust, den ganzen Weg zu laufen. Ich bin ein effizienter Mensch, wie ihr wisst. Hm. 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 Ui, das war knapp. Okay. Okay, okay, okay. Gar kein Problem. Okay, 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 okay. Ich dachte schon, ich habe eine Höhle gefunden. Habe ich aber nicht. Okay. Ja, das geht schon wieder, oder? Oder, oder? Ja, da auf jeden Fall. Ab in den Baum. Seht ihr? Und easy. Was sind das für Fragezeichen? Danke. Jetzt sehe ich wenigstens wieder was. Ich finde, das schmeckt dann immer morphisch. Nein, das schmeckt voll gut. Ne, überkochte Eier sind perfekt. 13 Minuten Eier-Minuten. Also 13 halb ist perfekt. Ein Hukrat-Test ist da nur drin. Och, Manu. Ich dachte, ihr habt was Gescheites. Was seid ihr denn für Anfänger, Wilderer? Ihr Noobs. Ach, das ist ja nicht mein Hukrat. Das ist ja noch trauriger. Okay, gut. Depresso! Weg. Weg. Okay. Okay, Depresso. Hey. Mann! Auf so enge Kreise, um mich zu laufen. Okay, okay. Guckt immer mürrisch und hat deshalb kaum Freunde. Ist aber in Wahrheit unglaublich nett. Wurde schon dabei beobachtet, wie es Fixie, die von ihrem Rudel getrennt wurden, Futter abgibt. Baby. Baby. Aw. Oh, baby. Ist schon süßig. Seht ihr, deswegen wollte ich ein Depresso. Ich wollte auch Essen abbekommen. Ich gebe es zu. Also wir müssen irgendwie an den Züpfel, damit wir die Map aufmachen. Also aufdecken, meine ich. Wo sind wir? Jetzt im Winter. Ich muss hier irgendwie hin. Hier sind manchmal so Riesenflächen, wo einfach was fehlt. Wo es einfach leer ist. Ich frage mich, ob sie die Plätze extra lassen für die Pearls, die noch kommen sollen. Oder ob es einfach noch unfertig, unfertig ist, ohne dass das mit Absicht so geplant wurde. Okay, das haben wir aufgedeckt. Würde ich hier rüber gehen. Da leuchtet was Grünes. Ich weiß nicht, ob die Traurigkeit anderen möchte wenigstens glücklich machen. Das wäre eine traurige Lösung, dass dann nicht irgendwie was anderes da platziert wird. Aber naja, es ist Early Access. Also ich frage mich halt nur, ob es Early Access ist, der Grund. Oder ob es bewusst so gemacht wird und auch nichts geändert wird. So, genau da würde ich gerne hin. Das heißt, einfach geradeaus. Aber der Bubbe... Ah, der ist doch schwierig. Wo gehe ich denn rüber? Ich meine, das ist alles Wasser. Schroes Wasser. Could you give me some water? Okay. Okay, 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 okay. Äh. Yo. Ähm. Ihr habt die Befürchtung? Es ist nicht gedacht, dass man von der Seite darüber kommt. Aber... Mir kann niemand was. Wir schwimmen nach da hinten. Es ist jetzt wieder hell. Da hinten könnte ich... Vielleicht... Oh mein Gott. Hilfe! Oh. Schlaf gut, DFB-Fan. Träumen, was schön ist. Äh, ich mach mal was. Das hat nicht gezählt. Warum nicht? Kommt. Okay. Gut. Es könnte knapp werden. Es könnte sehr, sehr knapp werden. Ich weiß vor allem nicht mehr, ob ich da hochkomme. Was passiert, wenn ich sterbe? Oh, 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 nein! Ich muss ja... Ich kann nicht klettern, verdammt. Gut. Also, ich bin mir nicht sicher, aber das war keine gute Idee. Aber wir sind fast da. Hilf mir! Ah! Ah! Ich könnte jetzt hier hingehen. Wann ist meine Sache nicht? Oh mein Gott, das ist auch so... Achso, nee, wir haben ja... Also, alles gut, alles gut. Ähm, ich werde einfach zurückgespawnt. Das ist irgendwie noch... Also, es ist noch trauriger. Ich sag, wie es ist. Es ist noch ein bisschen trauriger, wenn du einfach... Also... Negativen Fortschritt gemacht hast. Wisst ihr? Komm, wir müssen ganz weit laufen. Aber richtig weit müssen wir jetzt laufen. Weil ich halt immer noch kein Ding gefunden habe. Ein Schnellreisepunkt. Das ist schon okay. Wir schaffen das. Alles gar kein Problem. Ich schaffe das alleine. Ich hätte einfach den Weg laufen sollen. Das ist irgendwie ineffizient zu klettern. Wenn es Wege gibt. Naja. Komm, reiten. Los. Also... Joel Talk, Chris... Nee, das ist einfach... Das ist einfach ein... Dings. Okay, ich gehe. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Das habt ihr schon getötet. Jetzt will ich nicht mehr. Nein. Okay. Irgendwo noch darüber... Nee, darüber müssen wir... Vielleicht sollte ich einfach ins Wasser springen. Ich habe gesagt, ja. Gut Idee, oder? Oder? Das war nur eine Idee. Okay. Ich kürze ab. Ich kürze ab. Okay. Wir sind fast da. Das müsste ja da drunter sein. Ich bin noch nicht so überzeugt. Warum nicht? Okay. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Aber wo? Genau. Vielleicht. Was? Hm. Okay. Mir reicht. Ich steige ab. Ich steige aus. Nummies versuchen da zu springen. Oh Gott. Was ein süßes Bärt. Okay. Gewöhnliches Ei. Das ist bestimmt ein Malpaka. Bestimmt ein Malpaka-Ei. Bums. Oh. Glaubt ihr, wenn ich einfach ins Wasser springe und dann rüberschwimme, geht das? Auf lokalen. Let's go. Okay. So. How? Oh. Das anläuft bestimmt. Ja, ich glaube auch. Ist easy. Ja. Kümmer du dich mal. Ich habe andere Dinge zu tun. Die sind hier einfach, als wären sie normal. Was soll denn das? Okay. Da gehen wir rüber und dann nach links. Von so einem Wolf rüberschubsen. Das wäre eine Idee gewesen. Ja. Ja. Doch. Glaubt ihr, wenn ich die lieb bitte, dass die mir dann helfen? Oder glaubt ihr eher nicht? Okay. Hey, hallo. Ich möchte. Danke. Oh süß. Oh mein Gott. Wie schön. Oh, dieser Mini-Steak. Und das Wasser. Das ist echt hübsch. Ich will hier wohnen. Kann ich hier bauen? Kann ich umziehen? Was brauche ich für ein Lager? Oh, ich kann nicht auf B drücken. Jetzt hier. Oh. Ein Woollipop. Okay, warte. Oollipop. Okay, Burma. It's your time to shine. Oh mein Gott. Okay. Ja. Ja. Äh. Oh. Ich fange wahrscheinlich Geld eins. Ich brauche die. Das sind meine. Wie geht es dem da hinten? Aus. Ist mir egal. Oh, verdammte Kacke. Oh, verdammte Kacke. Ich habe eins. Ich habe eins. Ich habe eins. Hier ist auch ein Schnellreise-Ding. Oh Gott. Sag gut, Missy. Träumen, was schön ist. Ich will hier bauen. Bambusklamm. Ich wusste es. Es ist einfach mein Ort. Ich will hier bauen. Hier ist viel schöner als überall sonst. Was bist du? Bushido. Bushido, oder was? Okay. Okay. Äh. Wir gehen kurz nach... Oh, Woollipop, Alter. Okay. Wir haben halt auch keine Rüstung mehr. Das war vielleicht auch ein Problem. Okay. So, erstmal reparieren. Oh nein. Ich brauche Stoff. Ich brauche meinen Stoff. Ich brauche ihn. So. Mach weg. Okay. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So, gut. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. 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 Okay, okay. Wie geht es unserem Ei? Ich brüte kurz. Wartet. Und die Nossom. Ernsthaft? Das ist das coole Ei gewesen. Also, wenn ich das jetzt rückbaue. Oh, kriege ich das zurück? Ja, oder? Ich... Okay, weil... Okay, weil... Okay, okay, okay. Ihr werdet gleich verstehen. Ich versuche... Ich kann doch... Kann ich jetzt? Nein, nein, falsch. Nein, falsch. Ich habe ja jetzt zwei Lager, ne? Was brauche ich für ein Lager? Okay, ich brauche ein Palium und Holz und... Okay, 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 okay. Ja, kein Problem. Das kriegen wir alles hin. Ich gucke, ob ich da wirklich bauen kann, weil ich finde das echt schön da. Oh, äh, nee, mach mal weg. Eins. Ich nehme mal... 25. Und hier nochmal 25. Also, da sind jetzt 26, aber da ist ja egal. Äh, Palium. Mach hier auch ein paar. Und dann gucken wir mal, ob wir da bauen können. Schnellreise. Hier hin. Und dann muss ich erst mal gucken, dass ich... Also, ich brauche... Ich brauche diese Wallis. Bilderer-Rookie. Hier ist auch ein bisschen besseres... Also, Level von einem... Was bist du? What? Mach mal. Was sei... Du war... Surfend, okay. Seid ihr die Karpart? Was macht ihr da? Hä? Wie viele? Hä? Was passiert da? Äh... 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 Also... Greif mal den Einzelnen an. Ich habe ein bisschen Angst, aber mach mal. Oh nein, sie kommen alle! Oh, scheiße. Okay, wir gehen... Ich dachte, die kommen nicht alle. Aber es waren halt irgendwie so... Äh, so acht Stück mindestens. Weiß ich nicht. Oh. Ja gut, hier wollte ich halt nicht hin. Ähm... Hier hin. Also, es ist schon ein bisschen gefährlicher, wo wir jetzt sind. So. Ein bisschen. So, ein, zwei Prozentchen vielleicht. Okay. Oh. Okay. Ja, also... Kriege ich bitte? Danke. Jetzt sind die alle weg. Nee. Kann sein, dass das gar nicht... Also, dass das vielleicht ein Bug war? Dass da so viele waren, meine ich. Also, dass ich gestorben bin, nicht. Mozzarine! Hä? Was seid ihr für... Nein, wartet! 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 Gut. Milch ergießt sich aus diesem Perl wie Wasser aus einem voll aufgedrehten Wasserhahn. Und das unabhängig vom Geschlecht. Ein wahres Mysterium des Lebens. Feuchtes Ei. Okay. Jetzt haben wir Milch. Sehr gut. Eigentlich ist doch hier prädestiniert zum Bauen, oder nicht? M. Oder vielleicht da oben. Hä? Eingang zur Klamm. Okay. Vielleicht da. Warte, wir gucken mal. Oh Gott. Das ist auch so ein Baumkletterer, der Woollipop. Da ist eine Höhle. Ich finde es ja eigentlich schon echt schön, aber vielleicht ist das andere noch besser. Ein Kuchen. Ja! Die kriegen jetzt Kuchen und dann also Rambazamba. Dann haben wir eine Milchfarm. Okay. Ach, wenn die schlafen, sind die ja noch süßer. Was bist du? Broncherry. Es sieht ein bisschen aus wie eine Kreuzung aus Serpifoy und Meganie. Meganie? Oh, hier sind überall so Lichtungen. Vielleicht will ich lieber die, die so ein bisschen in der Mitte mehr ist. Aber schick... Also, sind beide einzelne auch, also... Okay. Hier soll die Lichtung sein. Ah ja, hier. Wannwürm. Okay. Wannwürm. Aber so ein Wannwürm... Mach mal. Los! Oh nein, nur fünf Prozent. Das wird ja... Ich werde so tot sein. Ich schwöre, ich werde so tot sein. Oder ich fange es einfach. Der schritte Pfiff, der mit dem Schädelknochen dieses Pers erzeugt werden kann, soll noch hinter tausend Bergen zu hören sein und wurde in alten Schlachten als Signal zum Angriff verwendet. Hier ist halt gefühlt sehr schön. Wo sind wir jetzt? Aber... Okay, wartet mal. Also... Dankeschön, Jujo. Dankeschön für den Raid. Hallo, liebe Raider. Was habt ihr schönes gemacht? Wie war euer Stream? Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Abend. Hallo, Hullo-Lobby. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Hallo, Zitroni-Toni. Oh, süß. Weit für Holzabholz. Na, wir haben ja unsere Holzdinger. Okay, was ist da drüben? Wir suchen gerade einen neuen Bauplatz. Das ist gerade, was hier passiert. Fuck. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Wir wären... Wir wären halt... Ich meine, es ist immer noch sehr am Anfang. Und ob es sich lohnt, weiß ich nicht. Hm. Vielleicht suchen wir das nochmal. Warte mal, wir müssen leicht nach da. Paarlier gespielt heute. Und... Wie hat es dir gefallen? Verdammter, hat schon jemand anders den Platz genutzt. Verdammt. Was haben die schönes... Das Rot. Oh, oh. Gar kein Problem. Äh, nee, was war das? Okay. Oh Gott, Level 20. Töte sie alle! Ich geh dann so lang mal weg, ne? Power-Trollen sollst du halt. Dachte ja, Ray, niemand, der das spielt. Also, wenn du sowas wie Ark magst. Und Süßimons magst. Also, halt süße Monster. Und da auch kein Problem hast, die also... Anzustellen. Dann ist es ein sehr, sehr angenehmes Spiel. Wasser explodiert. Warte, wir nehmen neues. Äh, du brennst... Äh, Entschuldigung. Ein Grenadier. Aber sonst geht's gut, ja? Also, komm, das können wir besser. Das können wir ja viel besser, ja? Ich hab grad nachgeladen. Ich hab grad Lurka nachgeladen. Shit. Okay. Okay. Ich glaub, wir haben's. Äh, warum? Lurka, kannst du aufhören, dich mit allen anzulegen? Den wollte ich gar nicht versuchen zu fangen. Sag mal. Ich treff nicht. Mann. Sag mal, der bewegt sich aber auch als... sehr... Also, sehr... Also, betrunken. Lurka, das reicht jetzt. Okay. Hallo, Timi. Ist dir nachladen? Ja. Ja. Es gibt auch Maschinengewehre und so. Also, der Flammenwerfer ist nicht alles. Was bist du? Oh mein Gott, was bist du? Es ist eine traurige Kerze. Obwohl, ist sie nur traurig, weil sie eingesperrt ist? Okay, sie war nur traurig, weil sie eingesperrt ist. Flambelle. Wenn es zu heulen anfängt, strömt anstelle von Tränen Lava zu Boden. Die Lava wird sogleich wieder absorbiert, wodurch es immer heißer wird. Je mehr es heult, desto stärker wird es. Ich glaube, das war eine gute Idee, den ins Camp zu holen. Hm. Mann, das war mein Bauplatz. Hm. Okay. So. Klippi wurde es lang nicht mehr verprügelt hier, hä? Also, ich glaube, es hackt. Ah. Auch nicht schon wieder die Dyer Holes. Ich fand eigentlich das schon am schönsten. Aber hier wäre halt sinnvoller. Oder wir gehen einfach ein Stück weiter. Wir müssen noch dran denken, es gab eine Höhle. Da ist schon wieder ein Lager. Die bauen überall da, wo ich bauen will. Hm. 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 Hä? Was sind das für Leuchtis? Okay, Wulipop. Das ist einfach nur ein Fehler, oder? Weil wegen Licht. Ja, okay. Ich meine, es sieht interessant aus. So, wo sind wir? Relaxaurus, Lux. Donnerdrachen. Okay. Was bist du denn? Ihr gehört mir. Mir allein. Aua. Aua. Lass mich in Ruhe. Ich will euch nur fangen. Nicht immer aufs gleiche. Äh, das hab ich grad nicht. Ich hab grad nicht gedacht, dass ich sterbe. Ich hab da null drauf geachtet. Upsi. Upsi, wartet. Ich hab's gleich. Toll, jetzt hab ich Kälte. Gar kein Problem. Verdammt, das ist ein Riesenproblem. Warum bin ich... Schlag, Gute, Schimmi. Und frohes Aufstehen. Ich hoffe, du kommst gut. Äh, Loopmon. Loopmoon, meine ich. Das war doch das, was ich kaufen hätte wollen. Oh mein Gott. Ich hab nix. Ich kann nix machen. Ich hab keine Pfeilswehren. Oh Gott, du musst doch kämpfen. Hilfe. Oh. Das war interessant. Ich geh jetzt einfach da lang, vielleicht. Vielleicht ist das okay. Oh nein, ich krieg wieder Aua, weil... Weil kalt. Kann man dann kalt sterben? Naja, wir werden's rausfinden. Hey Leute, tschüss Leute. Hey Leute, tschüss, tschüss. Oh Gott, die sind ja überall jetzt. Gut, dass ich kein Geld dafür ausgegeben hab. Ich hoffe, das ist wie bei Ark und dann hab ich einfach mehrere Beutel. Wir sollten auf jeden Fall dann warten, bis es Tag ist, falls ich nochmal sterbe. Ich seh nix, weil es so kalt ist nachts. Habe ich schon erwähnt, dass ich nichts sehe? Äh. Okay, ich muss absteigen. Okay, wo sind wir? Da. Sehr gut. Schön. Ich hätte das Kerzmon mitnehmen sollen. Das hätte alles beleuchtet. Hä? Der macht mir auch warm. Lurka, du bist ja voll brav. Wenn du das jetzt angreifst, gibt's so Ärger. Oh, Cognito. Das war doch das, was er auf Stufe 40 hatte, der Händler, oder? Äh, Lurka? Kannst du bitte den in Ruhe lassen? Was ist denn hier los? Oh, da hätte ich doch nur Sphären dabei. Lurka, zeig mal, was ist denn da unten? Wasser. Okay, danke. Ich geh da nicht lang. Nein. Wenn ich Sphären hätte, ja. So, nein. Okay, wir müssen komplett außen rum gehen. All righty. All righty. All mighty. Ich geh einfach jetzt den Weg lang. Ich bin so faul, dass ich alles schlimmer mache damit. Warte, kann ich dich nicht einfach in die Hand nehmen? Ja, besser. Viel besser. So, Lurka, wir gehen. Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Okay, jetzt müssen wir rüber. Ich seh's jetzt, ob Lurka auch warm macht. Okay, was mach ich jetzt hier? Das sieht mir nicht so aus, als ob ich da lang sollte. Ich sollte einfach nicht den direkten Weg gehen. Nicht nachts. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich verhungern, bevor wir wieder da sind. Ich hab's Gefühl, es war nicht so schlau. Okay. Oh Gott. Okay, au. Okay, okay. Noch leben wir. Hier, das geht auch, glaube ich. Und jetzt aber, oder? Nein, wir nehmen... Oh Gott. Wie soll ich denn da jemals hinkommen? Aus dem ganzen Weg lang laufen. Ich hab Hunger. Äh, hallo? Ihr habt doch Hunger. Ist das eine Sphäre? Gut. Schlafenklemm, drei Maschinen ist. Okay. Sieht man eigentlich irgendwo die Tages-Nacht-Zeit? Weiß das jemand? Die erinnern mich an Zero. Ja, sie sehen aus wie Zero. Aus dem dritten Teil der Zero. Nehmen der Wärme angezeigt. Oh, stimmt. Obwohl, weiß ich nicht. Obwohl doch. Es könnte sein, weil die Sonne neu ist und es ja jetzt ein bisschen aussieht. Als würde es heller werden. Could be. Eigentlich ist hier schön. Man sieht sogar den Baum von hier aus. Okay, wir gehen da hin, also wir gehen da hin, um dann da hin zu gehen. Jetzt brauche ich dich eh nicht mehr. Also, bist du gerade schon zugelaufen? Okay. So, Lurka, jetzt darfst du. Äh, wieso habe ich eine Sphäre in der Hand? Ich habe doch gar keine. Mach du mal. Kletter dann, solange. Bis zum nächsten Mal. ESSCH. Bis zum nächsten Mal. Komm. Komm. Komm.